Ja, moin Leute, oder besser gesagt, hallo und herzlich willkommen bei YouTube Gamescom auf der Playstation 4, oder besser gesagt, bei der Relife-Typ. Und ihr müsst erstens mal wissen, ich habe ja schon länger einen YouTube-Kanal und habe mir jetzt seit kurzem auch einen neuen YouTube-Kanal erstellt. Und zwar heiße ich dort der Relife-Typ. Der Relife-Typ, der beschäftigt sich hauptsächlich um alltägliche Dinge. Ich habe schon zwei Videos hochgeladen, wo ich mich einfach vorgestellt habe, was kommen mag. Und natürlich habe ich auch das zweite Video gemacht, wo ich über Handy-Displays rede. Eine sehr interessante Sache, ein sehr interessantes Thema auch, weil natürlich auch viele Leute, die ein Smartphone haben, natürlich Kratzer in ihren Handys haben. Und das natürlich nervt. Und jetzt haben wir noch 7% Akkuleistung. Das ist natürlich nicht so toll. Auf jeden Fall, wie könnt ihr der Relife-Typ abonnieren? Es ist ganz einfach. Ich werde dieses Video auch auf dem Kanal der Junge Zocker hochladen. Und werde natürlich, schaut einfach in die Kommentare. Dort werde ich einen Kommentar posten, Moin Moin oder irgendwas. Und dann könnt ihr den abonnieren. Ich habe es noch nicht geschafft, ihn zu verlinken, weil immer eine Fehlermeldung da steht. Aber naja, auf der Relife-Typ wird auf jeden Fall sehr viel kommen. Sehr viele coole Videos, interessante Videos, wo ihr euch zurücklegen könnt. Wo wir über Marihuana, über Marihuana-Sorten reden werden. Tabak-Sorten, Whisky-Sorten und, und, und eigentlich alles, was so wichtig ist. Ihr könnt gespannt sein. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der Relife-Typ. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.